Da hinten ist jemand da drin! Sven ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Kevin ist ertrunken, der ist tot. Der Moment, als der Kopf in den Nacken fiel, als er aus dem Becken gehoben hat, war irgendwie so gleich klar, dass der Fall im Verzug ist. Ich bin als erstes bei Kevin angekommen. Ich bin so ein junger Mensch drin, man muss schon sagen, also okay, den müssen wir wieder durchbringen, also anders geht das nicht. Und manchmal geht es im Ohr schon ein Nieren.